Heute, ich habe einen Bericht gesehen von einem kleinen Jungen, der leider nicht mehr lebt, der für mich aber ziemlich interessant war, aus dem Grund, weil der kleine Junge tatsächlich auch etwas bewirken konnte. Und heute wollte ich so ein bisschen auf die Geschichte des kleinen Jungen eingehen. Vielleicht kennt ihr der eine oder andere die Story von Iqbal. Sein voller Name lautet Iqbal Masih. Er wurde 1983 in Pakistan geboren, in einer armen christlichen Familie geboren. Seine Mutter benötigte damals ganz dringend Geld, weil sie sich einer Operation unterziehen musste, da sie das Geld nicht hatte, wie sie sich das Geld von einem Besitzer einer Teppichfabrik. Die OP kostete 5000 Rupien. Ich glaube, in Euro umgerechnet müssten das so um die 50, 60 Euro sein. Weil die Mutter das gesamte Geld nicht auf einen Schlag abbezahlen konnte, wurde ihr Sohn Iqbal leider zum Opfer der Schuldknechtschaft. Er war gerade mal vier Jahre alt. In der Fabrik, wo Iqbal arbeitete mit anderen Kindern, mussten sie mehrere Stunden am Tag arbeiten. Das waren meist so 12 bis 14 Stunden. Die Arbeitsbedingungen waren miserabel. Alle Kinder wurden an ihren Teppichwebstühlen angekettet, weil viele der Kinder natürlich auch versucht hatten zu fliehen. Iqbal und die anderen Kinder waren wirklich sehr stark unterernährt und hatten auch gesundheitliche Probleme. Ihr müsst euch mal vorstellen, der kleine Junge war sechs Jahre in Gefangenschaft. Als er dann irgendwann zehn wurde, hat er dann begriffen, er wird niemals aus der Schuldknechtschaft rauskommen, weil seine Mama das Geld einfach nicht aufbringen kann, diese 5000 Rupien abzubezahlen. Iqbal hat einfach eine Chance gesehen und ist abgehauen. Und hat sich somit aus der Schuldknechtschaft befreit. Er konnte auch die Schule besuchen, was ihm sehr am Herzen lag. Was für mich sehr beeindruckend war zu sehen, eben aufgrund seines jungen Alters, ist, dass er nicht nur einfach geflohen ist, um endlich spielen zu dürfen und in die Schule gehen zu dürfen. Er ist geflohen, weil er auch damit etwas bewirken wollte. Und zwar wollte er gegen die Teppichfirma, gegen die Teppichmafia vorgehen. Das sah er nämlich in seiner Verantwortung, Menschen darüber aufzuklären, was Teppichfirmen mit Kindern machen, Kindersklaverei scheint total normal zu sein. Also wurde er zum Aktivisten und entlarvte so viele Teppichfirmen, die eben Kindersklaverei betrieben. Viele wurden auf ihn aufmerksam. Es gab auch Interviews mit dem kleinen Jungen. Wart die Leute darum, keine Teppiche zu kaufen, wo bekannt ist, dass diese Firmen eben Kindersklaverei betreiben. Durch seinen Mut gelang es ihm, über 3000 Kinder von Kinderarbeit zu befreien und hielt gleichzeitig auch noch Reden auf der ganzen Welt über Kindersklaverei. Er hat auf jeden Fall für Aufregung gesorgt, weshalb man ihn dann umbrachte. Das geschah am 16. April 1995. Der Täter wurde bis heute nie gefasst. Man vermutet, dass eine Teppichfirma dahinter steckt, weil er nämlich nach einer Rede in den USA von einigen Teppichfirmen bedroht worden ist, eben weil er so viel Großes bewirken konnte. Weil dadurch, dass er den Mund aufgemacht hatte, es dafür sorgte, dass viele, viele Firmen, die Kindersklaverei betrieben, geschlossen werden mussten. Auch wenn Iqbal leider nicht mehr lebt, haben seine Taten Spuren hinterlassen. Er bekam internationale Anerkennung von der EU und von der USA. 1994 erhielt er dann den Reebok Youth in Action Award. Er inspirierte die Gründung von Organisationen wie Free the Children. Dann wurden durch Iqbal 20 Schulen in Pakistan eröffnet, als eine gemeinnützige Organisation unter seinem Namen. Im Jahr 2000 wurde ihm auch den Weltkinderpreis verliehen, weil er sich für die Rechte des Kindes eingesetzt hat. Auch wenn er davon leider nichts mitbekommen hat, er hat auf jeden Fall einiges bewirken können. Iqbal Masi konnte auf jeden Fall auf ein sehr großes Problem aufmerksam machen. Dennoch ist Kinderarbeit und Kindersklaverei nicht eliminiert. Denn es sieht so aus. 18 Millionen Kinder im Alter von 5 Jahren arbeiten und mindestens 152 Millionen Kinder arbeiten in Zwangsarbeit. Das hat die Child-Labor-Koalition veröffentlicht. Der Bericht ist von 2020 übrigens. Und die Hälfte der arbeitenden Kindern arbeitet in Goldminen oder auf Baumwollfeldern in Indien, da wo die Arbeitsbedingungen wirklich extrem gefährlich sind. Und deswegen muss man eben als Konsument auch wirklich enorm darauf achten, wo man einkauft. Es gibt nämlich einige bekannte Bekleidungshersteller, wo der Name auch schon in Verruf geraten ist. Baumwolle ist nämlich die meistverkaufte Faser der Welt, was eben Baumwolle so oder den Baumwollmarkt so attraktiv macht. Und ich habe dann einen weiteren Bericht gelesen, den ich auch sehr interessant fand. Und zwar geht es ja um die momentane Lage, die Pandemie, die die ganze Welt betrifft. Niemand kommt drumherum. Das hat bestimmte Auswirkungen auf uns alle. Man kann auf jeden Fall von etlichen Experten lesen, dass sie vermuten, dass sich die Pandemie auch auf Kinderarbeit und Kindersklaverei sogar negativ ausgewirkt hat. Dass die Zahlen nämlich rasant angestiegen sind. Aufgrund dessen, weil viele Leute, jetzt wo wir im Lockdown waren, auch das letzte Jahr, wo ein Lockdown nach dem anderen irgendwie kam oder es ständig verlängert worden ist, die Leute hatten nichts zu tun zu Hause. Was haben die meisten gemacht? Einfach Scheiß bestellt, den sie eigentlich nicht benötigt haben. Viele Klamotten bestellt, wo man sich auch fragt, wofür, du bist doch irgendwann zu Hause, kannst in deinem Gammellook bleiben. Alle Online-Händler hatten einen Boom. Einen extremen Boom, wie sie es noch nie zuvor hatten. 2020 war das Jahr für viele Online-Händler 2020, 2021. Die haben Milliarden Umsätze gemacht. Amazon das beste Beispiel. Was im Übrigen auch dazu geführt hat, dass es einen enormen Containermangel gibt. Deshalb auch Redereien einfach mal für einen 40-Fuß-Container das Doppelte verlangt haben. Das im Übrigen hat auch dafür gesorgt, dass wir einige Güter nicht im Regal stehen hatten, aufgrund dessen, weil es gab einfach einen Containermangel, Lieferverzögerungen und so weiter und so fort. Man konnte auf jeden Fall merken, dass die Pandemie da was angerichtet hat. UNICEF selbst sagt und warnt, das lese ich einmal vor, dass weltweit 9 Millionen zusätzliche Kinder gefahren laufen, bis Ende 2022 durch die Pandemie in Kinderarbeit gedrängt zu werden. Das ist wie ein Hamsterrad. Ich weiß, dass jeder sich denkt, was zur Hölle? Wie kann man das den eigenen Kindern antun? Es ist tatsächlich ein Teufelskreis. Kinder gehen nicht zur Schule. Irgendwie muss dazu beigesteuert werden. Und viele der Eltern in Entwicklungsländern sehen es tatsächlich auch nicht als verwerflich, wenn ihre Kinder arbeiten, weil sie einfach so hineingeboren werden. Und das wichtigste Gut für die Bevölkerung ist nun mal Bildung. Bildung, um auch aus dem Teufelskreis auszubrechen. Es ist ja nicht nur die Armut an sich, dass man in Kinderarbeit oder Kinderzwangsarbeit getrieben wird. Und zwar, dass einige Länder auch ständig mit Naturkatastrophen zu kämpfen haben. Politische Konflikte im Land, dann natürlich die Pandemie, wie eben schon gesagt. Und solche Dinge können das Ganze eben verschärfen. Gerade dann, wenn vielleicht jemand in der Familie gestorben ist und derjenige eigentlich der Haupternährer war und damit die Familie nicht mehr ernähren kann. Was passiert dann? Die Kinder müssen anfangen mit anzupacken. Und das beste Beispiel sind dafür Kinder aus südlichen und östlichen Teilen Afrikas, weil es dort einen starken Wechsel zwischen Dürren und Regenfällen gibt und was eben dazu führt, dass Kinder dann die Schule abbrechen, um eben anzupacken. Kommen wir nochmal zurück zu Iqbal Masi. Er selbst ist auf jeden Fall zum Symbol für den Kampf gegen schädliche Kinderarbeit auf der ganzen Welt geworden. Dennoch muss immer noch etwas dagegen getan werden. Man denkt sich immer, wo man in einem ziemlich reichen Land lebt. Ach, was kann ich alleine denn schon bewirken? Das erinnert mich total gerade an ein Interview von Snowden. Snowden an sich hat sich jetzt nichts mit der Sache zu tun. Als er aber sagte, alleine selbst kann man zwar nicht viel bewirken, aber man muss zumindest damit anfangen, indem du deinen ersten Stein legst, dann kommt der andere und legt seinen nächsten Stein. Und so weiter geht es. Es ist wie eine Kettenreaktion, die du da auslösen kannst. Das bedeutet zum Beispiel mehr Fairtrade kaufen, gerade in Bezug auf Klamotten. Klamotten ist wirklich ein wichtiges Thema. Ich weiß, dass viele nicht die Möglichkeiten haben, nachhaltig zu kaufen, aufgrund dessen, weil nachhaltig kaufen auch so teuer ist. Aber dann geht es wenigstens darum, den Konsum massiv einzuschränken. Das betrifft im Übrigen auch nicht nur Textilware, sondern auch Essen, Schokolade. Da müsst ihr euch mal reinlesen. Es gibt nämlich die Schokoladen-Mafia, meine lieben Freunde, falls ihr das nicht wusstet. Dort ist Kinderzwangsarbeit auch Alltag. Ansonsten kann man auch sich mit den Firmen mehr auseinandersetzen. Vertreten die Firmen meine Werte? Ich weiß noch, dass es da eine bestimmte Zeit gab, wo T-Shirts einen bestimmten Preis hatten, wo man heutzutage sagen würde, es wäre zu teuer. Man muss halt darüber nachdenken, wenn man ein günstiges Top in der Hand hat für einen Euro, wie viel davon bekommen die Arbeiterinnen, die hinter diesem Top gestanden haben? Das sind echt Sachen, über die ich mir so viele Gedanken gemacht habe im letzten Jahr, seitdem die Pandemie eigentlich angefangen hat. Ich muss zugeben, weil mich mein Konsumverhalten einfach dazu gebracht hat, dass ich mich schon ziemlich schlecht gefühlt habe. Jedenfalls, Leute, ist das das Video für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die Geschichte von Iqbal Masi kanntet oder nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald wieder, hoffentlich am Freitag zu meinem nächsten Video. Ciao.